So, und herzlich willkommen zu, äh, ja, was spielen wir? Cowboys gegen Indianer, oder und Indianer. Cowboys gegen Indianer spielen wir, mit dabei ist Nico. Bin ich eigentlich Indianer, wenn ich einen Bogen hab? Ja, na, du hast nur ne andere Farbe als ich, aber ich glaube es sind dieselben. Naja, Cowboys haben ja immer so'n Schussgerät. Ja, du bist aber Indianer. Und du bist? Cowboy. Da steht auch, äh... Steht auch, wenn du, wenn du auf den Namen guckst da. Weiß hab ich keine Pfeile mehr. Fack, Alter, ich bin so schlecht. Lass mich in Ruhe, Daniel. Du hast mich getötet. Uaah! Ich glaub, bei Minecraft ist das hängen geblieben. Okay. Die Respawn-Dauer war übel. Muss ich auf die Roten schießen? Ja, du solltest auf die Roten gehen. Alter, was macht der für'n Schaden? Die können nämlich direkt vor der Basis angreifen. Manche sind so schlecht im PvP. Ich hab 12 Pfeile, welche mit... Wieso? Weil du jemanden getroffen hast. Ist ja auch nicht auffällig, wenn man... ...auf einmal, äh, mit nem Bogen vor einem steht. Na, ich hab'n Gang getötet. Nur mit Pfeilen. Äh, da ist irgendwie so'n... ...den Leader auf den Janis has been... ...patch... ...verkord. Ja, jetzt haben wir euren... Ähm... ...ja, euren Anführer gehabt. Alter, das ist nicht wahr. Drei Pfeile auf einmal abbekommen. Und schon wieder dreimal auf einmal. Man kann die Pfeile gar nicht aufsammeln. Ja. Wieso sollte man? Muss die... ...muss die... ...person töten. Astrid 09. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Astrid. 09. Hans Berner. Er nennt heutzutage sein Kind Astrid. Äh, der Spieler, der sein Kind Astrid nennt. Sein Kind vor allem. Sein Charakter. Ah, die Astrid schießt auf mich. Ich hab ihrs zweimal getroffen. So, Denis ist tot. Dann bleib doch stehen. Wieso wurde ich nach oben gekatapultiert? Weil das dein Slimeball ist. Den du haben kannst. Wo? Du hast ne Slimeball normalerweise im Inventar. Was bringt das da? Äh, klick mal auf den drauf. Aber wenn du lebst. Invisible, das, was bringt das? Bin ich jetzt nicht mehr... Für immer. Nein. Nur für nen Moment X. Wo ist denn dieser Boss? Da, da wo er bei uns ist. Ja, ich find den gar nicht. Der hat so nen roten Glock aufm Kopf. Der da ja. Er hat ne Goldrüstung an, bitte nicht verarschen. Ja, die hält aber trotzdem nicht so viel. Das ist wie ne Lederrüstung. Glaube ich. Der Typie, der schlägt jeden aus unserem Team. Ja, nicht nur ihr. Ah, wir haben ihn. Ernst? Fuck! Fuck, fuck, fuck! Irgendwie setzt man den Typie auf? Äh, rechtsklick, glaube ich, war das. Mit der Hand? Nee, mit was sonst. Kann man runter gehen, oder was? Äh, anscheinend? Oder nur, wenn man ihn schlägt? Ja. So, bitch. C steht für was und I steht für was? C steht für Cowboy, I find ja auch noch. Finde mich dumm. Ja. Ah, da oben ist ja der Spast. Hallo, nennst du mich mal nicht Spast? Oh, heh. Hä, heh. Hä, heh. Was ist denn du? Tötet ihn doch einfach! Nein, meine sollen ihn killen, die sind doch so doof. Oh. Oh, ich bin wieder sichtbar. Alter, der ist doch so dumm. Der ist so dumm. Das ist so ein Hurensohn, alter. Das ist so ein Hurensohn, alter. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Oh, ich bin wieder da drin. Oh Gott, nein. Wie? Nein, der Freund hat mich getötet. Das ist so dumm. Wie? 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 Wie ist denn die Hurensohn? Oh, es hat mich erledigt. Oh, es hat mich enteinander geführt. Das könnte fallen. Was bringen eigentlich diese Tokens? Was bringen eigentlich diese Tokens? Oh, es wäre schön bei mir hier. Wir haben vergessen einen Sub zu machen. Michael, du hast ne scheiß Audio-Qualität Ja, das kann schon sein Ich hab vorhin mal ein bisschen an dem Mikro rumgespielt Läuft bei mich Was macht denn ihr? Warum Sub-Channel? Weil gerade Cowboy und Indianer gespielt wird Was? Cowboy und Indianer, so heißt das Spiel Okay Und ja Was macht man da so? Cowboy und Indianer spielen Willst du sich mehr Sorgen um euch machen? Nein, aber das ist Cowboy und Indianer, das Spiel Nico Ist der weg? Nein, Nico ist eigentlich da Er hat sich auf jeden Fall gemütet Wir haben ja vorhin nochmal drei Köpfe gekauft für 16.500 Das Stück? Ja Ich hab mir eigentlich einen Kopf gekauft Für? Für wie viel? 16.500 Ich bin in seinem Preis Bei? Freigod oder? Ja, ich auch Kommt man da hoch? Äh, irgendwie immer Wo ist denn jetzt dieser Also unser ist bei uns Alter, was? Ich hab jetzt mal angefangen die Grundstücke weiter auszuheben Sind Smaragd wahrscheinlich häufiger geworden? Nein Ich hab hier irgendwie auf diesem einen Grundstück Äh, fünf Smaragd-Erze bisher Schreibst du das aus? Ja, auf Server 2 fang ich jetzt an Naja, ich such mal den noch Oder ich Der hat noch nicht geantwortet Alter, ich hab 39 Pfeile Aber lass dich bloß nicht auf diesen überteuerten Preis von 400 bis 500 ein Äh, ich will nicht mehr als 250 K ausgeben 200? 50 Wofür? Wofür? Mehr will ich nicht ausgeben Ich denkst, dass du da für eine 250 K da diese Farm bekommst Nico, du denkst wohl, dass du äh unsichtbar bist Ja, denk ich wohl Das übelst wenig Und du warst halt last death Entschuldigung, kann ich mit leben Oh, das tut mir jetzt mal leid Ich möchte für eine 2er Skelettfarm nicht mehr als den Eis rausgeben Äh Kein Madscape Ich würde sagen, äh, Nico, wollen wir noch eine? Wollt ihr mich verarschen, wie viel Wir sind grad ein richtig fetter So, die ganze Zeit scheint bei mir jemand Nico Das sieht richtig krass aus Wollen wir noch eine? Runde was? Noch eine Runde Was? Cowboy und Indianer, oder? Ein anderes Spiel Okay, ein anderes Spiel Äh, was wollen wir denn spielen? Spiel also Cowboy und Indianer Komm auf Hive, Micha, du kannst mitspielen Nee So, da du eh schon da bist Ist hier nicht so ein anderes Spiel? Nehmt ihr gerade auf? Äh, ja Äh, äh Wollen, wollen wir Wieso kann ich... Trouble in Mindville Gibt es noch? Ja Gibt es noch? Wissen das? Äh, das ist unten rechts der Stock Und wo ist das auf der Karte? Also... Keine Ahnung Äh Äh Das ist gegen... Über von... Äh Also schräg gegenüber von... Äh Also schräg gegenüber von Cowboy und Diana Ich geh mal Ach Watt, du gehst? Tschüss Über Wiedersehen Ja, ja Sag dir der Lappen Ja, ja Guck, der Lappen ist weg So So Äh, hast du es gefunden? Ja Äh Echt? Echt? Aha Ähm Wollen wir... In welcher Lobby wollen wir denn? Eine Frage Äh... Ein Game Wie wärs mit 13? Nee, 6 Lobby 6 Ach, es gibt neun Small Okay Ich bin da Jaja, den gibt's schon... Ein bisschen länger Irgendwie Komischerweise Äh Äh Grafik Mach ich mal wieder auf 10 Gibt's hier eine neue... Eine neue Klasse? Äh Nöö Nein, 6 hat nur gesagt, ne? Scheiße Ich hab den Slimeball in die Hand genommen Nico, tut mir leid, ich bin schuld Es gibt aber neue Maps Ja, und ich bin rausgegangen Geht doch wieder rein Ach doch, ich bin sogar noch drinnen wieder Hab doch gesagt Weil irgendeiner rausgegangen ist Weil eben war er wieder voll Ja Random Map Jetzt wurd ich schon wieder gekickt Aber jetzt wurd ich gekickt Seine Sohn Seine Sohn Hossam 08 getönt Ja Ach Nico, wollen wir ein 7? Ähm... Baum Yes Nein Doch Jetzt bin ich drinnen Geht denn das? Vielleicht... Einfach nur den Slimeball in die Hand nehmen Sieben 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 voll Was? Dann... Dann... Äh... Welcher ist ein bisschen los? Äh... 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 Vier Also ich fähre eben für 26 Okay Vier Ja Ich bin auch schon drinnen Er geht auch mit vier Und... Six Ja, ich bin auch drinnen Ja Aber das schneide ich Oh meine... Ah, wieso fähre ich an der Stelle, wo du auch fällst? Ja, ich weiß es nicht, weil es weitergeht Ich bin sogar ganz runtergefallen Ja, ich jetzt auch für dich Weil es einfach weitergeht Ach, die Map kenne ich Doch nicht, doch Doch, 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 doch Die kennste, das war glaube ich die City Oder wie die heißt Wenn man die drückt, ist man... Wie heißt denn das? Äh... Detective? Traitor? Traitor Hast du schon eine Kiste gefunden? Ja Oder sind das hier Zahlen? Äh... Wie sieht so eine Kiste aus? Normal als Kiste Kiste... Ist eine Kiste getarnt? Ja So haben wir noch gar nichts gefunden Brook Nico ich hab' noch ne Kiste Not, falls du Lich... Zwei Kisten sogar ... Falls du eine brauchst Und doch gar nix Scheiße, die laufen da gerade hoch. Was bin ich? Ich? Das steht im Chat. I'm killing a random... Hä, ich... Überinnocent. Wo ist denn der Traitor? Äh, des Dings... Du bist... Oh, leck mich doch, du gleiches Homo-Kind. Sunny, f*** dich, hör auf. Alter, du triffst mich nicht. Da war ich nur ein Bogenschießer. Tja, nice. Wer glaubt ihr wen? Ich bin tot. Puh. Schade. Schade, ich bin raus. Ich bin raus. Was ist... Äh... Wo ist Nico? Ja, was denn? Ich guck dir zu. Ah, hier vorne ist jetzt der Tester drinne. Haha. Was denn? Du bist da drinne. Ja und? Eigentlich hätte ich dich killen können. Wenn ich's... Wenn ich jetzt so überlege, doch. Äh... Auf jeden Fall hätte ich dich killen können eben. Auf jeden Fall, aber du bist raus. Äh, Nico, soll ich hier mal sagen, wer noch Traitor ist? Ja, mach mal. Ich prob' ihn so. Hier oben auf dem Bus steht einer. Der Aussie Playtee. Nico, der ist gerade runtergeschlagen worden. Der läuft jetzt hier gerade weg. Lauf! Der hat ein Steinschwert. Ja und ich hab hier vorne. Einfach drauf schauen. Einfach nur hauen, hauen, hauen und hauen. Okay. Hier vorne der ist auch noch, Nico. Der beim Creeper. Da, wo es gerade Boom gemacht hat. Oder bist du tot? Einfach kaum. Oh. Ja, der, der es geschrieben hat, ist. Genau wie der andere daneben. Oh, sieh was. Und Magic ist auch. Deu. Äh, ja. Der Block, warte, warte, warte. Der ist neben mir. Nee, der nicht. Aber hinter dir die. Also die, die da jetzt da hinten sind. Die sind. Nee, da gar keine. Ach, da hinten. Du meintest den Unterstrich, den Magik. Magik, ja. Und den... Robo, äh, Robnik und... Und... Hurensohn, ne? Jaaa, du musst doch sein... Äh... Ist klar. Ich habe gerade ein Thumbnail gemacht. Und... Da hatte der... Habe ich so clever gedrückt, dass der Kerl genau... Ähm... Das Schwert im Kopf hat. Von sich. Hör mal kurz weg. Rucht jemand an. Okay. Nein, die Inno haben gewonnen. Und fuhr. Entweder warte ich jetzt noch an, Nico. Mache dann die Verabschiedung. Oder... Ich sage einfach, ihr habt gewonnen, Nico. Ja, ich bin untergeschmissen worden. Wegen der aber... In so'n Kack. Achso, aber ihr hättet gewonnen. Oder habt gewonnen. Oder... Ja. Ihr habt gewonnen. So will ich's mal nennen. Und... Äh... Ich möchte mich auch... Damit verabschieden von euch mit... Dem... Ja, mit der Folge dann jetzt auch schon wieder. Äh... Und dann kam bei Nico, dass er wieder mitgemacht hat. Und bei euch fürs Zuschauen, ne? Tobi Scha... Bäh... Also... Ich wünsche was. Danke, Nico! Ciao!